Hallo Freunde der Glemmbausteine und herzlich willkommen zur Gewinnerbekanntgabe von unserer Verlosung aus dem Glemmshop. Und zwar vom schönen Kobi Modell, von der FA18. Hier habt ihr es. Darauf habt ihr euch beworben, da gibt es jetzt den Gewinner. Doch bevor ich den Gewinner bekannt gebe, noch eine Kleinigkeit vorher. Ihr habt euch ja, oder beziehungsweise ich habe euch darum gebeten, dass ihr mir einfach mal sagt, von welchem Set ihr euch ein Review wünscht. Und ich habe mir ein paar Sets rausgepickt. Also wirklich ganz tolle Auswahl. Bevor ich jetzt die Sets bekannt gebe, wir hatten einmal das Schloss Neuschwanstein von Wange. Hätte ich tatsächlich gerne vorgestellt, sage ich aber schon mal vorab. Das haben wir rausgenommen aus dem Sortiment, einfach aus dem Grund, dass es Reklamationen gab bezüglich der Platte, dass die gebogen war. Und naja, also mehr wie einmal leider. Das heißt, das werden wir auch nicht mehr im Glemmshop führen. Also ist leider raus. Trotzdem an der Verlosung darfst du natürlich teilnehmen. Es ging um das Set. Gut, also vorstellen werde ich. Die Flying Dutchman. Wunderbar Set, da freue ich mich besonders drauf, dass ich die mal dann zeigen kann. Dann gibt es die USS Tang von Kobi. Habt ihr euch auch gewünscht. Auch die werde ich vorstellen. Wird wahrscheinlich sogar das nächste schon. Die habe ich nämlich schon da. Und dann bekommt ihr entweder die 15020 oder die 15027 von Mobile King. Das waren die Abschlepptrucks. Sind beides die gleichen? Das heißt, also das sind nicht die gleichen, die gleiche Basis. Das heißt, eine von den beiden wird es. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. So, erstmal Dankeschön dafür, dass ihr dann so schöne Vorschläge gemacht habt. Es waren wirklich geniale Vorschläge dabei. Und ich freue mich drauf, die euch zu zeigen. Kommen wir jetzt aber zum Teil, warum ihr überhaupt zuschaut. Die Verlosung. Ihr seht es, ich habe hier mein Schlüsselchen. Da bleiben wir jetzt mal drauf. Und wir wählen einfach irgendeinen aus dieser Schlüssel. So, da habe ich einen Zettel. Der Rest kommt weg. Und dann schauen wir mal. Wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche. Ich habe Kinder. Alles klar. Wen haben wir? Kai Rodriguez. Kai, herzlichen Glückwunsch. Ich mache es wie beim letzten Mal. Ich werde quasi in den Kommentar vom ursprünglichen Video, werde ich dir antworten, dass du gewonnen hast. Und dann darfst du dich bei mir melden. Und alles andere machen wir dann so aus. Also, ich bedanke mich für die Teilnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Für alle, die nicht gewonnen haben. Ihr habt weiterhin die Chance. Es wird immer wieder was geben. Also, bleibt dran. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Alles Gute.